Willkommen zu einer neuen Spezialfolge Gaming Now Twins. Unser Freund Mario hat diesmal heute Geburtstag. Und diese Folge ist Mario gewidmet. Wir spielen jetzt Super Mario Party und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir fangen erstmal mit den Minispielen an, weil die richtigen Spiele zu lang wären und die Folge sollte halt... Mario und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Aber was bedeutet das und wie soll man das entscheiden? Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Den anderen gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich. Und sie scheint ganz heiß darauf zu sein, ihnen die Tat umzusetzen. Das ist doch gut so. Dieses Mal werden wir herausfinden, wer der wahre Superstar ist. Das Organisationsteam für die Wettbewerbsordnung. Also dann legen wir... Hast du da nicht etwas vergessen? Das erkennt man an der Stimmung. Wieso ist dort ein Fragezeichen? Es könnte auch jemand von uns zum Superstar werden. Stimmt's Leute! Ja, wieso greifen die SCP nicht an? Ja. 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 Wir erwartet nicht, dass ich euch die Vorteile gebäre, verehrte Boros. Okay. Einfach überspringen. Egal. Ja, ich spiel Mario. Ich spiel Luigi. Luigi. Ist cool. Vielleicht nehmen wir mal... Und Mario ist cooler. Und Yoshi? Und Mario ist cooler. Nee. Ein Stück nicht. Ja. Wieso springt Mario? Nee. Luigi nicht hoch. Okay. Wir fangen jetzt mit dem Mini-Spiel auf. Jeder von denen springt hoch. Ja gut. Yes. Mini-Spiel. Äh. Vielleicht... Ähm. Lass mal... Ja. Kletter-Konkurren. Nee. Warte. Warte. Das hier. Mauerlauf. Na gut. Der Mauerlauf. Die können ja natürlich nicht sterben, weil wir sind bereit. Ja. Die sind ja auch vom Computer gesteuert. Ja. Ja, so würde es niemals ablaufen. Uh. Yesven ist dran. Äh. Gut balancieren kann ich nicht. Kann ich nicht. Tja. Hä? Ich hab noch gestoppt. Okay. Jetzt gut. Du kannst viel besser balancieren als ich. Äh. Ja. Gerade in dem Moment. Ja. Wo ich das sage. Ja komm. Diddy komm. Bitte. Bitte. Schaff es noch. Rechtzeitig. Ja. Gerade vor dem Ziel. Ne? Ich hätte... Nur zum Ziel ist es auf A gekommen. Oh Gott. Eine Folge. Das ist doch lächerlich. Sonst hätte man eigentlich einen Stern. Muss ja nicht unbedingt ein Feuerblume sein. Weil es gibt ja mehrere von solchen Blumen. Hey. Ich hab nicht darauf gedrückt. Vielleicht hast du das gesehen. Ja. Okay. Nächstes Minispiel. Anderes Minispiel. Okay. Und hier ist Kletterkonkurrenten. Oh ja. Da. Da werde ich... Wo ist das? Dort oben. Ganz oben? Oben. Ach ja das. Ja. Ja. Genau. Ja okay. Okay. Wir sind bereit. Komm. Komm. Nein. Du bist im Moment besser. Hm. Er ist noch weiter geklettert. Komm schon. Komm. Nein. Ja doch. Danke. Hä? Ja. Oh. War das knapp. Ja. Jofi hätte es fast geschafft. Ich sagte doch. Ich werde gewinnen. Ich war eigentlich nicht ganz gut in diesen. Oh. Jetzt verflixte Fuzzis. Ja. Verflixte Fuzzis. Darin bin ich auch richtig gut. Ich bin auch besser. Ja. Wo ist das? Ah hier. Ich liebe verflixte Fuzzis. Ich kenne den. Ich weiß nicht was er dort sagt. Ich weiß nicht was er dort sagt. Ich kenne den. Ich kenne den. So kann man sich bereit machen. Man steuert heute mit Bewegungssteuerung. Äh. Ah. Oh. Joshi. Oh mein Gott. Oh ja. Das ist Yoshi. Einfach am Boden sein. Einfach. Oh man ich hatte ja ein Tipp gegeben. Ich krieg die Bewegungssteuerung gerade gar nicht hin. Na und? Nein, nein. Nein, nicht sterben. Ja. Ich sag's dir doch. Jo, ich bin ein ziemlich vieles. Ja, aber jetzt Knipskeilerei. Ah ja, davon bist du tatsächlich besser als ich. Yes. Nein, 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 nein. Diddy, komm, geh weg. Und jetzt hab ich keinen bekommen. Ja, du schlägst dich, ne? Ich bin dein Bruder. Auch im echten Leben. Ja, Alter. Richtig gut war das. Ja, nein, nein. Geh aus dem Weg. Oh, yes. Hä, was? Ich war besser als Diddy Kong. Stimmt. Gar nicht. Ich war besser als Diddy Kong, wirklich. Oh, diesmal auch. Hä? Nein. Jetzt hab ich keinen. Ja, Yoshi war tatsächlich am besten. Nein, ich bin mir so schnell, dass ich hinkomme. Oh, yes. Ja, zwei Punkte. Zehn Punkte. Gut. Ich bin mir auch ungesprungen. Nein! Oh, yes. Ja. Okay, das ist die letzte Runde. Glaube ich. Ja, ich hab gewonnen. Ich war besser als Diddy Kong. Ich hab 15. Was? Mario hat gewonnen. Ich war doch besser als Diddy Kong. Oh, ja. Mati, fertig. Garmin bin ich gut. Glaube ich jedenfalls. Yoshi, schlag doch. Er war doch gerade eben. Egal. Ist ja auch nur irgendwo. Das ist schatisch. Nein! Was ist der erste? Daumen hoch. Gleich in der ersten Sekunde. Aber ich bin nicht beziehungslos. Ja. Noch eine Runde, ne? Mach mal nicht. Die reagieren nicht? Eigentlich müssen sie doch reagieren darauf. Ja, anderes Minispiel. Nee, doch, kann ich nicht mehr wollen. Die saubere Arbeit ist halt ein sehr unfieliges. Bombiges Tennis. Ja, darin bin ich sehr gut. Nee, bitte nicht. Dann machen wir Yoshi. Ja, darin bin ich sehr... Äh, wieso verfolgt da rum? Blinkt mich? Ah! Ist ja auch nur irgendwo. Na gut. Vielleicht ist es für mich doch auch gut. Okay. Okay, ich hab nix gesagt. Erst kriegst du nicht immer. Okay. Diddy Kong hat schon mal verloren. Warte, du klärt da nicht. Oh, sch. Oh Gott! Ich bin gut drin. Yoshi schafft das nicht. Er schafft das nicht. Oh, ja, ja, ja. Okay. Das ist aber wirklich mal sehr schlecht. Kann man nicht zielen. Okay, jetzt... Jetzt spiele ich... So, gegen euch alle. Komm. Nö. Warte. Ich wollte da sehen, wie Mario da reagiert. Erneut spielen. Nee, warte. Geh nochmal raus. Ja. Und dann wieder rein. Luigi passt auch irgendwie zu mir. Ich wurde eine Minute später geboren. Äh, Luigi wurde als zweites gemacht. Ich kann ein bisschen höher springen als Vincent. Luigi kann höher springen als... ...als Mario. Und Vincent, ich habe ihn auch bereit gemacht. Deswegen habe ich nicht weiter gemacht. Okay. Guter... Ja, gut gezielt. Ja, das ist auch kompliziert. Natürlich kriegen das die... Ähm... Ich kann das nicht. Hü. Ja, du... Hä? Das hat mich doch nicht getroffen. Oh, yes. Das war gut. Das war gut. Das war sehr gut. Okay, jetzt mal ein anderes Medi-Spiel. Ja. Ich weiß welches. Welches? Ah, ja. Ja, das ist das Spiel. Boah, okay. Bereits. Was macht, Luigi? Okay, jetzt verflixte Neue, oder wie das auch heißt. Verflixte Null? Was meinst du? Und dieses Rundefall-Roulette, meinte ich. Achso. Äh, Rundefall-Roulette. Da sind wir heute in Antigen. Meine Schultern sind immer angespannt. Ja gut, ich bleib dann auch hier noch. Äh, ja gut. Okay. Ich bin ein Pech, Jochi. 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 Aber Bozo müsste daran gewöhnt sein, einmal irgendwo runterzufallen. Ich stehe ja von der gleichen Stelle. Ja, dann bleib ich hier. Ist ja auch das Gleiche. Nee, ich bin ein Pech. Nee, ich bin ein Pech. Gott. Pech. Man kann halt nie wissen, wo das ist. Oder? Man muss ein bisschen Glück haben und auch aufpassen. Bei der 2 muss man aufpassen. Ja, gut. Bei der 2, dann wird es langsamer und dann kann man darauf aufpassen. Okay. Oh Gott. Das ist ja richtig schwer. Nein. Nein. Wui. Nein. Unentschieden. Das ist doch viel zu schwer. Das ist unentschieden. Oh ja. Die kratzen sich in meinen Kopf. Unentschieden. Welches Spiel sollen wir denn jetzt spielen? Boomerang-Abschuss. Oh ja. Das finde ich. Boomerang-Bischuss. Ach so. Ja. Ich mag Poppys nicht so sehr. Ich... Ach so. Ich spiel zu rechtlich. Okay. Gleiche achte ich darauf. Das ist ja noch alleine. Komm. Nicht im Ernst. Ja. Hä? Ich habe ihn doch getroffen. Am Hals. Ich bin dein Ernst. So. Jetzt aber. Ich bin dein Ernst. Ja. Komm. Mach doch. Ja. Gerade in der letzten Sekunde habe ich noch getroffen. Wie viele Punkte habe ich? Ich war das Schlechteste. War es das Schlechteste? Ja. Ich habe nicht auf dich geachtet. Ich habe das Schlechteste. Ähm. Tschüss. Das nächste Mal spielen wir Super Mario Odyssey. Oder... Tschau. Wenn... Noch. Tschüss. Bis zur nächsten Folge Gaming or Twins. Gaming or Twins. Wir sagen ja normalerweise immer Super Mario Odyssey. Wir sagen ja normalerweise immer Super Mario Odyssey.